Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Barbo Cologne. Heute zeigen wir euch eines unserer neuen Highlights für die Kabine, unser Gerät der Skinfusion. Ich bin Julia, Skin-Expert bei Barbo seit acht Jahren, vor allen Dingen im Bereich Gerätetechnik. Der Skinfusion ist einer meiner neuen Lieblingsgeräte, weil wir erstmals vier Technologien miteinander vereinen können, ohne die Haut zu irritieren. In diesem Video erklären wir euch den Barbo Skinfusion. Er ist vergleichbar wie andere Kosmetikgeräte, das Aquafacial, das Hydrafacial. Wir zeigen euch, wie er funktioniert, was ihn ausmacht und für welche Hauttypen er geeignet ist. Was ist der Skinfusion? Unser Skinfusion ist ein ausgefeiltes System, was vier aufeinander aufbauende Profitechnologien miteinander verbindet und geeignet für jede anspruchsvolle Haut. Jedes der vier Handstücke verfügt über ein Unterdrucksystem, was die Haut wie ein Oktopus an das Handstück saugt. Gleichzeitig wird in jeder Phase eine passende Essenz auf die Haut gebracht, das heißt wir haben hier ein einmaliges Zusammenspiel aus Technologie und kosmetischen Produkten. Wie funktioniert denn jetzt unser Barbo Oktopus? Wir erklären euch jetzt nacheinander die vier Phasen. Phase 1, unsere Clean Fusion Tiefenreinigung. Bei der Clean Fusion Tiefenreinigung wird einmal unsere Silicon Brush und die dazu passende Clean Fusion Essence auf die Haut gebracht. Sie lösen tiefsitzende Verunreinigung und Ablagerung in den Poren und entfernen oberflächliche Verschmutzungen an der Hautoberfläche. Phase 2, unsere Polish Fusion. Hier geht es in erster Linie um Tiefenverfeinerung und Klärung der Haut. Unser Polish Pad, arbeitet mit der dazu passenden Polish Fusion Essence. Diese ist mit Fruchtsäure und löst so effizient und gezielt alle abgestorbenen Hornzellen an der Oberfläche. Durch die währenddessen arbeitende Vakuumfunktion werden bereits gelöste Unreinheiten und Ablagerung aus der Porenstruktur gezogen. Phase 3, unsere Hydro Fusion. Hier arbeiten wir ganz gezielt mit richtig viel Wirkstoffen. Bei unserer Phase 3 arbeiten wir dieses Mal anders als bei unserem normalen Ultraschall mit einem Niederschall. Diese unterscheiden sich vor allem in der Konzentration. Ein normaler Ultraschall wirkt mit 1 bis 10 Megahertz und ein Niederschall hat maximal 25 Kilohertz. Es gibt zwei große Vorteile vom Niederschall. Zum einen werden viel mehr Teilchen in Bewegung gesetzt, das heißt diese Schwankungsamplitude des Schalls ist wesentlich höher. Für die Haut bedeutet das, dass die Wirkstoffe viel besser und schneller aufnehmen kann. Zum anderen wird durch den Niederschall aber auch ein Kavitationsimpuls gesendet. Das heißt, die Hyaluronsäure, die wir einschleusen, wird in mikrofeine Partikel zerstäubt und kann die Haut so intensiv durchfeuchten. Kommen wir zur vierten und letzten Phase, dem Impuls Fusion. Das ist wirklich etwas, was nur Barbo hat. Zwei aufeinander abgestimmte Massagesequenzen trainieren die Haut wie ein ganz intensives Fitnesstraining. Die Haut wird in einer Sekunde bis zu zwölf Mal angehoben. Durch diese intensive Stimulierung der Haut erreichen wir eine richtig gute Durchblutung, was nicht mal eine normale Massage bewirken kann. So, bei welcher Haut setzen wir den Skinfuser ein? Hier konzentrieren wir uns auch wieder vorrangig um Linien und Fältchen, aber auch um die Porenverfeinigung. Man kann auch super einen Glow erzielen und für mehr Ausstrahlung in der Haut sorgen. Damit ihr euch etwas unter unserem Oktopus vorstellen könnt, nehmen wir euch jetzt live mit in die Kabine und zeigen euch, wie er funktioniert. So, wir haben uns die Kundin jetzt für unseren Skinfuser vorbereitet. Das heißt, wir haben schon die Abreinigung gemacht, vorher mit ihr bei der Bedarfsanalyse und Kontraindikationsbogen ausgefüllt. Sie ist 31 und hat im Moment im Bereich vom Kinn einfach eine etwas unruhigere Haut mit auch vermehrt Unreinheiten. Das soll heute erstmal ordentlich geklärt werden und gerade auch hier im Bereich der Augen sieht man schon auch, dass sie auch teilweise eine trockene Haut hat. Also diese Dehydrierungsfalten sollen nachher auch bestmöglich aufgefüllt werden. So, wir starten jetzt mit Phase 1 mit unserem Clean Fusion Programm. Wir haben hier einmal unsere Silicon Brush. Die wirkt zusammen mit der Clean Fusion Essenz aus dem Gerät direkt auf der Haut. Hier werden jetzt oberflächliche Verschmutzungen abgelöst und tiefsitzendere Verunreinigungen und Ablagerungen. Wir starten jetzt mit Phase 2 unserer Polish Fusion Funktion. Wir haben hier einmal unser kleines Abrasionsplättchen, zusammen mit der Polish Essenz aus dem Gerät. Da ist ja auch ein bisschen Fruchtsäure mit dabei. Werden wir jetzt einmal die ganzen harten Verunreinigungen auf der Hautoberfläche entfernen, also Hornzellen, Schmutz, Talg, alles was sich in der Porenstruktur angesammelt hat. So, wir haben jetzt hier unsere Phase 3, die Hydrofusion. Erkennt man hier an unserem Niederfrequenz-Schallkopf mit der angeschlossenen Hyaluronsäure-Essenz. Das heißt, wir versorgen die Haut jetzt ganz effektiv mit Hyaluronsäure, mit Feuchtigkeit, auf das sie nachher schön prall und durchfeuchtet ist. So, kommen wir zum letzten Step. Step 4 ist einmal unser Impuls Fusion. Das heißt, wir haben zwei aufeinander abgestimmte Massage-Sequenzen. Wir starten jetzt bei der ersten Sequenz, indem wir eine zum Hauttyp passende Ampulle oder Konzentrat auftragen und danach die Massage ausführen. Bei der zweiten Massage-Sequenz kommt die Flüssigkeit wieder direkt vom Gerät. Da haben wir eine Ceramid-Lösung, die zum Abschluss die Hautoberfläche schön versiegelt, dass alle zuvor eingelenkten Stoffe auch schön in der Haut wirken können. Schön, dass du heute da warst und das Video von uns angeguckt hast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, wenn du unseren Kanal abonnierst. Gerne kannst du auch deine Erfahrungen in die Kommentarbox schreiben.